Hallo zusammen ich habe für euch dieses Häkelmuster gearbeitet bestehend aus Büschelmaschen. Ich denke mal das Muster kann man sehr gut für Schals anwenden. Ich würde mich freuen wenn ihr auch in die Kommentare schreibt für was ihr diese Muster verwendet. Es hilft den anderen bestimmt auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. So und die Luftmaschen für das Muster habe ich bereits angeschlagen. Jetzt arbeite ich in die zweite Luftmasche. Nicht in die erste sondern in die zweite arbeite ich eine feste Masche. Also Faden holen, zwei Maschen auf dem Haken, beide Maschen durch oder schlingen. So in die zweite Masche stehe ich ein, hole den Faden und arbeite die zweite feste Masche. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Zwei Maschen unten überspringe ich und in die dritte Luftmasche arbeite ich eine feste Masche. Und die zweite feste Masche in die nächste, also in der ersten Runde arbeiten wie immer zwei feste Maschen und zwei Luftmaschen. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Zwei Maschen unten überspringe und zwei feste Maschen arbeiten. Zwei Maschen unten überspringen. Zwei feste Maschen arbeiten. Zwei Luftmaschen und so weiter. So schaut die erste Reihe aus. Die zweite Reihe beginne ich mit drei Luftmaschen. Wenn ihr die Arbeit. So jetzt haben wir hier jeweils diese zwei Luftmaschen. Jetzt arbeite ich da. Büschelmaschen bestehend aus drei Stäbchen. Also Umschlag da einstechen, Faden holen. Zweiten Umschlag. Einstechen, Faden holen. Und dritten Umschlag. Einstechen, Faden holen. Also die Maschen möglichst lang ziehen, nicht so kurz. Jetzt arbeite ich alle Schlingen durch. Jetzt habe ich zwei Schlingen auf dem Haken. Beide Schlingen durch. Das ist die erste Büschelmasche. Jetzt ist die erste Büschelmasche. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Und in dieselbe Stelle arbeite ich die zweite Büschelmasche. Genauso, also wir arbeiten drei Umschläge. Umschlag, Faden holen. Lang ziehen. 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 Beide Schlingen durch. Beide Schlingen durch. So schaut es aus. Und jetzt arbeiten wir in den nächsten zwei Luftmaschen. Genau das gleiche. Umschlag. Hier in den Bogen einstechen, Faden holen. Lang ziehen. Umschlag, den zweiten. Und den dritten. Und den dritten Umschlag. Faden holen. Jetzt haben wir alle Schlingen auf dem Haken. Die arbeiten wir durch. Und die zwei Schlingen auch. Jetzt zwei Luftmaschen. Und jetzt noch eine Büschelmasche. Und so arbeiten wir durch. Und so arbeiten wir die zweite Masche. Genau die zweite Masche. Und das Ganze wiederholen wir. Jetzt in die nächsten Luftmaschenbogen zwei Büschelmaschen und zwei Luftmaschen dazwischen. Die erste zwei Luftmaschen. Und die zweite Büschelmaschen. Und die zweite Büschelmaschen. Und so arbeiten wir die Reiden weiter. So und am Ende der Reihe arbeite ich hier in die zweite feste Masche ein Stäbchen. So und die zweite Reihe beginne ich mit einer Luftmasche. Die zweite Masche wende die Arbeit. Und arbeite ich hier in das Stäbchen die erste feste Masche. Jetzt arbeite ich eine Luftmasche. Und in den Luftmaschenbogen zwischen den beiden Büschelmaschen arbeite ich zwei feste Maschen. So und jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Und in den nächsten Luftmaschenbogen zwischen den beiden Büschelmaschen arbeite ich wieder zwei feste Maschen. Zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen und so arbeiten wir die Reihe dann zu Ende. Und hier in den Bogen zwei feste Maschen. Zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen. Zwei feste Maschen. Zwei feste Maschen. Und am Ende der Reihe arbeite ich eine Luftmasche und hier stehe ich nochmal ein und arbeite eine feste Masche. So und die nächste Reihe beginne ich mit vier Luftmaschen. Wende die Arbeit und jetzt arbeite ich hier wo die eine Luftmasche ist eine Büschelmasche. Also nochmal Umschlag Faden holen, zweiten Umschlag Faden holen, dritten Umschlag Faden holen. Jetzt haben wir so viele Schlingen auf dem Haken, alle Schlingen durch. Jetzt haben wir zwei, die zwei Schlingen auch durch. So jetzt gehe ich hier in diese zwei, da wurde zwei Luftmaschen sind in den Bogen. Da arbeite ich jetzt wieder zwei Büschelmaschen und zwei Luftmaschen dazwischen. Also Umschlag Faden holen, zweiten Umschlag und dritten Umschlag, alle Maschen durch und die zwei Schlingen auch durch. Jetzt habe ich jetzt zwei Luftmaschen und wieder eine Büschelmasche in den selben Bogen. Und so arbeiten wir jetzt weiter in den nächsten Luftmaschen Bogen. Da wo die zwei Luftmaschen sind, arbeiten wir wieder zwei Büschelmaschen und zwei Luftmaschen dazwischen. Die erste Büschelmasche, zwei Luftmaschen und die zweite Büschelmasche. Und so arbeiten wir diese Reihe dann weiter. So und am Ende der Reihe, da wo die eine Luftmasche ist, arbeite ich erstmal eine Büschelmasche. Dann arbeite ich eine Luftmasche und hier wo die feste Masche ist, arbeite ich ein Stäbchen. Also Umschlag, Faden holen, die ersten zwei Maschen durch und die zweiten oder Schlingen durch. So schaut die zweite Reihe aus und die dritte Reihe wiederholen. Wir arbeiten wir genauso wie die erste Reihe. Erst die zweite Reihe arbeiten und dann die erste Reihe wiederholen. Also die nächste Reihe beginne ich mit einer Luftmasche, wende die Arbeit und arbeite hier, wo wir das Stäbchen gearbeitet haben, eine feste Masche. Und in die Luftmasche auch eine feste Masche. So jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen in diese beiden in den Bogen. Bei den zwei Luftmaschen arbeite ich zwei feste Maschen. Dann zwei Luftmaschen und wieder zwei feste Maschen in den Bogen. Zwei Luftmaschen, zwei feste Maschen in den Bogen und so weiter. Und am Ende der Reihe hier arbeite ich zwei feste Maschen. Die erste feste Masche und nochmal einstechen, die zweite feste Masche. Und die nächste Reihe beginne ich mit drei Luftmaschen, wende die Arbeit und arbeite genauso wie die erste Reihe. Also das wiederholt sich immer die Reihe und die Reihe wiederholen sich und die zwei Reihen auch. So und arbeite hier dann in die erste, in den ersten Bogen. Zwei Büschelmaschen und zwei Luftmaschen dazwischen. So und dann in den nächsten Bogen wiederholen. Die erste Büschelmasche, zwei Luftmaschen und die zweite Büschelmasche. Und so arbeiten wir weiter. Also wie gesagt, in jedem Bogen zwei Büschelmaschen und zwei Luftmaschen dazwischen. So und am Ende der Reihe, da habe ich die letzten Büschelmaschen gearbeitet. Und in die erste, in die erste feste Masche arbeite ich jetzt ein Stäbchen. » jos äh« » «